Mein Name ist Manuel Canamari. Ich bin Lehrer und ich schrieb einen Bericht über den Klimawandel in unserem Land. Ich schrieb an Freunde, Brüder, Schwestern in aller Welt und bat besonders die Verantwortlichen, dass sie aufhören sollen, die Natur zu zerstören. Der Klimawandel bringt eine starke Erhitzung. Ich schrieb, dass wir Ureinwohner wenig von Wissenschaft und ihren Gesetzen verstehen. Aber unsere Eltern und Vorfahren haben uns das Wissen über die Natur vermittelt, über Krankheiten, das Leben im Wald, die Tiere, Vögel, Schlangen und andere Dinge der Natur. Den Wald, die Natur kennen wir sehr gut. Von Wissenschaft verstehen wir sehr wenig. Deshalb bat ich in meinem Bericht, mit der Abholzung der Wälder und mit den Fällen der Bäume aufzuhören, denn sie erhalten unsere Erde. Schon jetzt spüren wir, der Klimawandel bringt zu viel Hitze. Zum Beispiel hier auf dem Dorfplatz. Man hält es kaum aus vor Hitze. Der Wald schützt uns davor. Deshalb habe ich diesen Bericht geschrieben.